... unseren Spawnpunkt nicht so schnell finden werde. Hm, der Guide müsste irgendwo rumlaufen. Hm, ja, aber der Berg wird hier wieder zu hoch, dann seh ich nicht mehr, was oben sich abspielt. Ah. Fahr da! Dreck, 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 Dreck! Ah, ich hab Kupfer gefunden. Oder Gold? Ne, das ist Kupfer. Das war eine ganze Menge Kupfer. Kupfer. Klauch. Ey, nicht klauen, das ist meins. Ich glaub dir noch. Das ist dir geklaut, glaub ich. Das ist ganz gemein. Nein. Fieser, Dani. Ich bin nicht fies. Okay, überzeugt. Hattest du irgendwo noch mehr Zeug? Wieso machst du da Spinnweben hin? Hey, du! Jetzt bin ich fies. Ja, geht kaputt. So. Also sind die so elastisch und halten fest und so. Egal. Hausdeko. Oh, Mann. Das könnte gegen Zombies helfen. Ja, so im Eingangsbereich. Hm. Aber das würde uns auch hindern, da vorbeizugehen. Ja, wäre äußerst unklug. Ich mach die Seite. Ich bin schneller als du. Niemals. Doch. Nein. Ich hol dich schon nach einem. Verdammt, du bist schneller. Nein. Ja, ich weiß. Das allererste, was ich mir mache, ist eine schnellere Spitzhacke. Ja, stimmt. Dass ich schneller bin als du. Ähm. Das ist die richtige Höhe? Stein. Perfekt. Ach, nee. Das ist zwischendurch der Abstand manchmal zu groß. Ja, muss ja nicht gut aussehen. Oh, passt schon. Hauptsache, es funktioniert. Mhm. Aber du musst als nächstes die nächsten machen. Wie viel hast du noch? 15. Ja, okay, dann. Oh, wo kam der denn jetzt? Wieso können die da runterhüpfen? Mann. Mann, oh Mann. Mann, oh 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 Mann. Äh, ich glaube, du bist schneller als du. Ja. Ich war nur um zu überlegen, ob ich das oben jetzt irgendwie zumache. Oh. Hier ist eine Höhle links. Wow. Cool. Ich habe auch Kupfer gefunden. Nicht hüpfen, du. Mach da doch eine Plattform hin. Nein. Okay. Ich glaube mir, dass dein Kopf war. Niemals. Du Schnorrer, du. Jump Contest. Höhle. Oh, Base. Oh, Basel. Meins. Was? Oh, Leben. Leben und, äh, gar nichts. Da ist Wasser an der Seite. Wo? Oh, hier ist grünes Zeich. Hier, Emerald oder so. Das ist meins. Alles gehört mir. Nein. Alles, was toll ist und glitzert. Oh, ich habe zwei Stück erwischt. Ich habe eins. Kann man gut verkaufen. Ist das nur zu verkaufen da, oder wie? Ne, man kann auch da. Wow, noch mehr. Ja, man kann auch noch sowas. Das ist Redstone. Das sieht doch jeder. Ne, das ist Amnit. Eindeutig Redstone. Oder Robbie ist das sogar. Uh. Hooray, wir finden die Schätze der Erde. Wir sind reich. Wir sind reich. Ja, nur wir können es noch nicht verkaufen, wenn wir keinen Händler haben. Ach, den haben wir auch bald. Ja. Hier oben ist Gold, glaube ich. Wacht. Das ist, nein, wieder Edelstein. Oder? Ne, Topaz. Stand da gerade. Ja. Überall Edelsteine hin. Hier müssen wir bleiben. Hier finde ich es gut. Ja, ich auch. Dass unser Haus nachher unten verlege. Oh, da ist Kopf. Äh, Eisen. Eisen. Ups. Wo ist Eisen? Warte mal, das ist, warte mal. Ich habe eine bessere Idee. Ja. Wir machen mal den Block weg. Und, ähm, kannst du hier mal schnell, äh, Plattform hinsetzen an die Seite? Jep. Perfekt. Und da vorne vielleicht auch eine Plattform. So? Ja, eine niedriger, damit man draufhüpfen kann, oder? Ist doch. Was ist das, Eisen? Jep. Perfekt. Könnte ich mir dann Eisenschwert machen? Du hast schon ein Kupferschwert. Kriegst doch mein ganzes Kupfer. Ja, ja. Hooray. Danke, ich bin so froh. Am besten wäre, ja, obwohl es auch schwer ist. Aber danach brauchen wir auf jeden Fall eine Spitzhacke. Ja, mach mal einfach direkt eine Spitzhacke, würde ich sagen, oder? Ja, aber wir müssen uns, uh, verteidigen. Hm. Ja, auch wieder, aber. So, hier unten ein bisschen Drecken. Halt, müssen wir auch anfangen, eine Rüstung zu bauen. Macht irgendwas solche Schnüffelgeräusche. Was ist das? Keine Ahnung. Ich hab Plus-Sounds aus. Da ist auch kein Kupfer. Fauler Sack, hau mit. Wow, was war das denn? Das, das waren die Schnüffelgeräusche. Oh. Oh. Mach Plattformen hin. Wir holen uns erst eine bessere Ausrüstung. Plattformen, los. Los. Ist doch Plattformen. Wow. Ja, noch eine. Wir wollen hier raus. So. Wäää. Da noch Drecken. Wow. Fieser Wurm. Jube, Slain, ey. Bitte bitte bitte. Aber das sah cool aus. Mann. Mach dir mal das Loch bitte noch zu. Das sieht hässlich aus. Welches? Achso. Cooler Minenschacht, ey. Oh, ich bin ins Wasser gefallen, da wo du am Anfang reingefallen bist. Aber ich hab den Sprung auf den ersten Versuch geschafft hier. Du hast auch Skill. Du bist top, du kannst das. Aha. Freut mich halt, dass du so über mich denkst. Wieso? Weil ich der Meinung bin, dass ich so gut wie gar kein Skill habe, wie ich rumfäde in den ganzen Spielen. Vor allem Sonic und so. Äh, was macht der Wurm in unserem Haus? Der ist da nicht... Platz, ja. Wir haben einen Wurm im Haus. Ein Wurm. Ein Wurm, verdammt. Wow, das ist das Zweiter. Der tut weh. Wieso kommen die Würmer in unsere Häuser? Stirb, Giant Wurm. Wir müssen unser Haus ins Wurm. Wir können ihn ja sehen hier. Ich hab ihn zerstört. Ja gut, weil... Der ist uns wahrscheinlich von unten einfach hochgefolgt. Ich hab da acht Life. Äh. Ja, wie gesagt, der ist uns wahrscheinlich einfach von unten hochgefolgt. Äh, jetzt schnell Holz sammeln. Ich schmelze erstmal ein. Stimmt, ich kann auch Eisen machen. Sammelst du so lange? Ja, kannst du mir dann deine Eisenerze geben? Ich hab nur drei Stück. Hier Silber und zwölf Eisen. Kannst du mir das Eisen schnell geben? Hab ich doch. Ich kann aus den... 13 Stück. Hurra. Ich kann mir einen Bucket machen, einen Eimer. Iron, Iron Shortsword, acht Damage, Alter. Später ist ein Eimer gut, um Lava aufzunehmen und dann hier vor's Haus, um Zombies zu verbrennen und so. Aha. Ich kann hier, äh... Kann ich überhaupt eine Spitzhacke machen? Nee, ich seh... Warte, ich brauch mehr Holz, glaub ich, dafür. Kann sein. Man braucht mehr was dafür. Aber mit meinem Eisen Shortsword mach ich schon acht Damage. Ich hab Gold verloren, oh my God. Nee, du hebst das auf. Ich heb alles auf. Nein. Du hast sogar Gold, goldenes Gold. Äh, ja. Ich hab' mir immer dafür gar nichts mehr. Ich hab' mir in unser Haus gegangen. Du hast gar nichts mehr, so, so. Ja, nur auf 14 Kupfer oder so. Das sind die überall Schleime vor unserem Haus. Menschenskinder. Die auch, ey. Wer hat die denn alle eingeladen? Ich nicht. Ich will nur Holz fällen. Wir brauchen eine Holzplantage mit einer Mauer vorne dran. Eindeutig. Ich baue eine Dreckmauer. Die muss als Übergangslösung dienen. Irgendwann lassen wir uns da noch was Schöneres einfallen. Aber zuallererst. Dreck! Ähm, was machst du da? Das ist unsere Anti-Schleim-Mauer. Ja, die können hier trotzdem spawnen. Ist ja schon klar. Ja, aber nicht während wir da drin stehen, glaube ich. Siehst du, da kommt schon einer von rechts. Egal, ich baue hier mal ganz viel Holz ab. Hier ist im Moment kein Schleim. Man kann nicht Holz abbauen. Wir brauchen definitiv eine bessere Axt, würde ich mal fast sagen, oder? Boah, das macht nicht so viel Unterschied. Ich brauche auf jeden Fall eine Ewigkeit, bis so ein Ding abgebaut ist. Ja, aber das ändert nichts daran. Ja, okay. Ja, aber wenn die Dreckwand nix bringt, kannst du sie ja dann auch gerne wegmachen. Nee, ich laufe ein ganzes Zeug entgegen. Okay. Dusch, dusch, dusch. Ah, verdammt, es ist da eine Wand. So wie wenn du so ein Brett vor dem Kopf hast. Geh kaputt, Baum. Baum, 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 Baum. Hilfe! Du hast da was. Hilfe! Ich hab da was. Allerdings hab ich da was. Das ist ein Zoo. Wo hast du die denn alle aufgesammelt, ey? Hier vorne. Wo sonst? Noch weiter nach hinten, die Bäume werden hier immer höher. Ja, ich mach hier am Anfang noch die Bäume. Hier kommt von der anderen Seite wieder einer. Schlimm. Jetzt kommen sie wieder von beiden Seiten. Schwert! Ja, die springen mich immer so blöd an, die Viecher. Pilze essen, ja. Meine Pilze sind voll lecker und so. Die geben mir 20 HP. Jam, 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 jam. Ja, mit dem Holz. Gib mir ganz viel Holz, du. Spiel, du. Ich hab hier was. Was hast denn du da? Schleim. Super. Den hab ich hier vorne überhaupt nicht. Momentan. Oh, es wird wieder dunkel. Das ist nicht gut. Warte, ich muss nur noch kurz diesen Riesenbaum, diese Riesenbäume hier zerstören. Das nennst du Riesenbaum? Guck mal hier hinten. Diesen größer hat der ganze Bildschirm. Ja, der hier bei mir auch. Da muss ich hüpfen, dass ich die Baumkrone sehe. Nee, und bei denen hast du nicht mal die Krone gesehen, wo man gehüpft hat oder so. Wow. Äh, ich baue mal die Höhle hier hinten erstmal zu, damit man da hochkommt. Jo. Könnte ich ja nachher erforschen. Jo, Pilz benutzen. Ich mach hier, äh, ich meine, ich mach hier noch schnell die Bäume abholzen. Und dann, äh, pflanzt du beim Rückweg ganz viel Bäume. Oh. Schleimding hat mich in die Höhle gekickt. Ja, hier sind auch Schleime, die Nerven. Ja, aber beim Bauern nerven die nicht mehr. Ja, verdammt. Ich renne immer rein. Bin so ein Noob. So. So, ich pflanze hier einfach mal Bäume und so. Komm, 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 komm. Was sind hier denn noch mehr Bäume? Oh, hier sind, glaub ich, auch ganz hohe. Egal, komm. Was, komm? Komm zurück, wir müssen ins Haus. Nein, hier sind ganz hohe. Egal. Ich hab hier schon Bäume gepflanzt. Wir dürfen es nicht übertreiben. Doch. Die Reise ist extrem heftig und brutal mit diesen Schleimen. Nicht. Ja, das trifft's. Aber die Zombies, ey. Die haben's in sich. Ich geh jetzt trotzdem mal hier zurück zu unserem Haus, weil ich möcht nicht sterben. Ach, das ist egal. Du hast eh mein ganzes Geld. Ich geh mal hier noch ein bisschen weiter erforschen. Jo, mach das. Oh nein, ich seh da rote Pinky da. Ich mach noch diese hässliche Dreckwand hier weg. Der Pinky bringt nix. Das hat ja nicht lang gedauert. So, hier vorne die Bäume kann ich auch mal umhauen. Hooray. So. Eine Holztür brauchen wir. Kann ich mir schnell machen. Vielleicht sollen wir aus zwei Eisenbahnen mal ne Truhe machen, wo wir alles reinmachen können. Ja, das können wir gleich mal machen. Ich baue hier oben nur schnell eine Tür hin. Perfekt. So. Ähm. Ja, ich muss nur noch schnell eine Holzwand bauen. Holzwand, Holzwand, Holzwand. Und den Hütteln. Wir brauchen dringenden Eingang für hier am Spawnpunkt. Wie sieht das aus? Ja, können wir gleich machen. Das ist lästig hier rüber zu rennen. Verlierst du wieder die Hälfte des Lebens. Hm. So. Wand hier hin klatschen. Das Haus muss ja immerhin schön aussehen, ne? Aber irgendwie ist das eintönig mit der Wand. Kann man dir irgendwie Bilder aufhängen später? Keine Ahnung. Kannst Tische machen und Stühle. Kronleuchter, Lampen, was weiß ich nicht alles. Kerzen. Ja, das machen wir später. Ja, das machen wir später. Gläser und so weiter. Man kann alles aufstellen. Warte, ich mach mal ein paar Tische. Hm. Ich kann hier ein Iron Shortsword machen. Nein, die Shortswords, die hauen nur nach vorne, dafür aber schneller. Aber ich würde bei diesem langen bleiben, damit du so einen Rundumschlag hast. Ja, aber ich glaube, ich kann das noch nicht. Ich hab nur sieben Eisenbarren. Hast du noch einen Eisenbarren mehr? Äh, ne, Eisen hab ich gar nicht mehr. Hab ich alles abgegeben. Verdammt. Konntest du auch einen Shortsword machen mit deinem Ding? Mit Kupfer? Keine Ahnung. Ne, mit Kupfer nicht. Weil ich kann halt hier auch nur Bogen und Schwerte herstellen mit Eisen, mehr nicht. Ja, dann sammel noch ein bisschen, weil... Wobei, das mit dem Shortsword lohnt sich echt nicht, weil da steht, ach, Damage. Ja. Und Very Fast Speed mach ich mir einfach. So. Ja, jetzt kannst du die halt nur treffen, wie die vor dir sind. Also, wenn du so einen Luftgegner hast, wie diese Augen hast, ist ein Problem. Okay, also ein Shortsword ist echt kacke. Ja, und du triffst halt nicht alle so. Hätte ich echt nicht machen sollen. Habe ich dir gesagt. Aber nein, du hörst mal wieder. Ich wollte es ausprobieren. Ich wollte es auch nur ausprobieren, tut mir so leid. Wieso hörst du nie auf mich? Ich geh runter.